Hier hinten kommt schon mal eins. Kirchturm. Kirchturm. Bloß als geht hier noch einen steilen Berg hoch. Mal runterschalten. So, das ist hier weltspillig. Kreis Trier ist ab. Lass mal die Bundesstraße 422 fahren. Hier ist gesperrt. Über Trier will ich nicht mehr. Pass auf, erstmal anders. Drehen wir um. Kommen wir da hinten links. Da haben wir keine Böcke drauf. Hier eine riesen Kirche. Da noch Umwege zu fahren. Und hier links. Aber auch Hofweiler und sowas. Der Weg ist das Ziel. Hauptsache man fehlt. Hier ist ja auch schön und sowas. Kein Stress hier. Hier sieht es so aus. Hier parken sie doch nicht so komisch. Ja. Weltspillig. Weltspillig. Und tschüss. Und tschüss.